So Leute, ähm, wir Polnolos Waffen-Manner, vorher gucken wir, ob er es... Ja, fleißiges Kupilein hat schon die Waffe reingemacht. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Für das Schwert? Ja, okay, sollen wir es tun? Sollen wir es tun? Sollen wir es tun? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Wir gehen jetzt auf 60 hoch und let's... Boah, ich kann nicht mehr... Go! Okay. Okay, noch nichts. Ha! Der ist neu, oder? Oder neu, ja, ne? Mitternachtswalzer. Hattest du den schon? Der sieht voll cool aus. Der sieht aus, als wäre er voll perfekt für Fischl, vom Aussehen her. Vom Aussehen her sieht er aus wie ein Fischlbogen. Ist ein Fischlbogen? Nice! Ich kann den auch noch nicht wimmelbaren. Ich habe gerade gedacht so, hä? Habe ich noch nicht? Ja, perfekt! Fängt doch schon mal gut an. Und ein Freepull wahrscheinlich. Ein Freepull? Hallöchen, Scorpio, was geht? Hi! Geil! Ja, ein Freepull haben wir noch dazu bekommen. Ja, nice. Nice. So, dann... Let's go! Oh! Da ist er! Oh mein Gott! Bei 70! Bei 70! Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte das Schwert, bitte das Schwert, bitte das Schwert, bitte das Schwert, bitte das Schwert. Bitte das Schwert, bitte das Schwert. Bitte das Schwert, bitte das Schwert. Oh Gott! Komm schon, das Schwert! Oh Gott! Mann! Glocke, du kleine... nein warum warum da ist bestimmt jetzt noch ein Schwert drin da ist bestimmt noch ein Schwert da ist bestimmt noch ein Schwert drin da ist bestimmt noch ein Schwert drin Nice, ich wollte auch den Bogen. Das sagst du mir jetzt. Das sagst du mir jetzt. Und in mir zerbricht gerade was. In mir zerbricht gerade was. In mir zerbricht gerade was. Kupi, du Würstchen. Ein Back-to-Back. Oder auch nicht. Oh Mann ey. Kupi, ich erinnere. Glocke. Was will man mit einer Glocke? Was war der goldene? Das war der Bogen. Das war der Bogen. Okay, here we go again. Schade. Ah, okay. Ich weiß nicht, welche Constellation du da hast. Oh Mann, du Sch... Fabricio. Okay, Opferrituale. Hm, okay. Und nochmal. Gold, 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 Gold. Schade. Ich glaube C4 oder so. Na. Den will ich haben. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Schenkenschuh. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Dann hände ich ihn auf C6. Schöpata, Schöpata. Her damit. Habt gar keinen Waterboy. What? Gar keinen? Oha, wusste ich gar nicht. Habt ihn auf C3, würde ihn auch gerne auf C6 haben. Ey, aber sowas von. Unbedingt. Unbedingt. Nochmal Opferrituale. So. Oh Mann. Das ist so aufregend. Ich hoffe, es funktioniert dann gleich alles wieder. Und nochmal Mitternachtswalzer. Nice. Ich denke, es ist nice to have, oder? Oder? So. Aber komm schon. Diesmal muss es das Schwert werden. Wir können nicht das nochmal verlieren. Das geht nicht. Diesmal muss es das Schwert werden. Komm schon. Jetzt das Schwert. Das fülle ich in meinen Jellies. Ich spüle jetzt in meinen Jellies, dass jetzt da das Schwert ist. Meine Jellies sind immer noch kaputt. Jellies sind kaputt. Enttäuschende Jellies. Ist wirklich so. Ab wann geht man denn in Soft-Pity rein beim Waffenbanner? Ist das 65? Ist 65 Soft-Pity bei Waffenbanner? Ich glaube ja, ne? Immer 10 weniger. Als zweiter Himmelsjügel wäre auch nice. Echt? Würdest du auch fühlen? Okay. Okay. Aber wir wollen das trotzdem das Schwert erstmal haben. Das sind keine Jellies, sondern Nuggets. Jetzt ab, lieber einzeln. Okay, dann machen wir jetzt einzelne. Okay. Gucken wir mal. 53. Nope. 54. 54. Ich habe richtig nasse Hände. Nochmal Mittelnachts-Walzer. Kannst du bald auf R5 machen. 56. Komm schon, wir wollen das Schwert sehen. Jetzt nochmal Mittelnachts-Walzer. Nee. Hä? Äh, Sarah. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit 50. Verdammt. 58. 59. 59. 60. 60. Schade. Okay. 61. Komm schon. 62. Jetzt gönnen. Ich meine 63. Gucken wir mal. Okay, 63. Skopio sagt 65. Aisha sagt 63. Lama sagt 64. Okay. Gucken wir erstmal, ob Aisha recht hat. Hat Aisha recht? Nein. Aisha ist raus. Gucken wir, ob Sven recht hat. 64. Oh, nein. Schade. Ah. Gassenleuchte. Auch eine neuere Waffe, ne? Kenne ich auch noch nicht. Ist das gut? Ist gut diese? Ist gut diese? 69 Kappa. So, Skopio hat 65 gesagt. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und? 65 bitte. Oh, warum? Opferrituale. Und Balker, Hallöchen, grüß dich. Hi. Hallo, hallo. So, 66 hat jetzt nur Meliodas gesagt. Gucken wir mal. 66. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hält sich hier noch sehr zurück. Nee. 68. Da ist es. Da ist es. Bitte, 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 bitte! Schwer, 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 schwer! Ähm, ja. Das ist nicht das Schwert. Das ist, das ist das, das ist ja das Schwert. Wir brauchen das Schwert. Was ist ein geiles Schwert? Rein da! Back to back. Schade. Wärts so schön. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Vierzehn. Oh, schade. Ha! Rosaria. Noch nicht. Oh! Hast du noch nicht aufzusehen? Nice! Nice! Fünfzehn. Sechzehn. Sechzehn. Siebzehn. Brauche ich? Nice! Neunzehn. 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 Jonas. Jonas, yo! Dankeschön für den Follow. Und hi, auch im Schätz. Grüß dich! Was hab ich jetzt gesagt? 21 hab ich schon gesagt, oder? Ne. Doch. Doch. 21 haben wir jetzt, ne? Okay. 22. Schade. Äh, King Leiter, dankeschön für den Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 28. 28. 29. Und jetzt kommt's, okay Okay Jetzt geht's mit der 30 Heißt, es wird jetzt, ne Wenn jetzt bei der 30 der kommt, habt ihr gewonnen Also ja, hat gewonnen, nein, hat verloren Aber wer weiß, deswegen gucken wir mal Deswegen gucken wir mal Schade Schade So, schauen wir mal Schauen wir mal 31 Glocke Nein 32 Niemand braucht die Glocke 33 Komm schon, wir wollen Gold sehen Wir wollen Gold sehen 35 Komm schon, gönn mich, Hoyo Wir wollen nicht so viel Primus verschwenden 38 38 Komm schon Oh Mann Glocke, warum Niemand braucht die Glocke Weiter geht's 41 43 43 43 43 43 43 43 gleich schreibt er mir auf whatsapp so 46 Leute wir nähern uns der 50 wir nähern uns der 50 so 47 oh man täuscht doch nicht immer an und dann auch noch sowas hier 47 48 48 49 okay Leute gleich kommt die 50 okay jetzt kommt die 50 jetzt kommt die 50 und dann können wir wieder auflösen let's go wir wollen jetzt was goldenes sehen mihojo gib uns das wenn der meisten gemobbt so oft wie ich überall überlesen oder ausgesperrt werde kapper macht ihr mal gedanken ha 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 Schönen Gruß von der Kippen, Mama. So. 52. Komm schon. 53. Kuppel sitzt auf heißen Kohlen, Leute. 54. 54. 55. Und Christo Wolf, danke schön für deinen Sub im zweiten Monat mit Prime. Vielen lieben Dank für deinen Prime einfach. Und Hallöchen, grüß dich. Vielen, vielen lieben Dank. Danke schön. Danke, danke, danke. Dann geht's rein in 56. 57. 57. Und Mexican Pianis geht zu C1 Ito. Nice! 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 50. Gönn doch! 59! Komm schon! Gönn! Das ist kein Gönn! haben wir jetzt 59? Ja, jetzt kommt 9. Nee, jetzt kommt, glaube ich, 60. Du hast doch noch 8. Habe ich 58 gesagt. Also es ist 59. Hä? 3. 9. Na komm. Das ist verwirrend. Jetzt kommt 60. Timeout Anuru! Das kommt die 60. Let's go! Gold! So doch nicht. Das ist nicht wirklich Gold. Nein. Komm schon! Komm schon! Oh Gott, das kommt. Jetzt ist 63. 63. 63 Gold! Das ist kein Gold! Oh mein Gott! Das ist superlack! 64! Hat mir nicht vergessen! Warum Glocke? Jetzt kommt 65. 65 ist es jetzt. 65 ist es jetzt. Komm! Meine Jellies... Jetzt sind... Jetzt... Jetzt... Jellies... Die Jellies reden mit mir. Komm schon 65. Komm schon! Ich bin wieder da! Mit Perücke! Nein! Warte 69! Warte was? Wo waren wir jetzt? Das war jetzt 65, ne? Jetzt kommt 66. Okay, 66... Komm schon! 66 Schnapszahl mit Gold! Auf Ansage hat der gar keinen Bock heute, ne? Ich bin nicht Nuru, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Deine Jellies sind kaputt! Ich glaube auch. Ich glaube auch. Jetzt kommt, glaube ich... 67, ne? Ja? Oder 68? 67... 67... Schlimm, wir haben ja gerade einen Schnapszahl. Okay, 67 ist es auch nicht. 68, komm schon! Komm schon! 68! 68! Okay, es wird die 69! Es wird die 69! Ihr spürt jetzt alles in euren Jellies. Es wird jetzt die 69. Komm schon! Komm schon! 69! 69! 69! Oh, Päusche! Mein Gott! Einfach mit Päuschen! Kupe, ich hoffe, die nächsten Banners skippst du alle wieder. Okay, 70. 70. Aber wie viel Pädie gibt es... Oh, mein Gott! Time out! Wer immer so frech ist? Okay, so... Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Komm schon, 70! Ja! 70! Die Umfrage hat gewonnen! Das wird wirklich mal Zeit, Hanyu, Alter. Also an alle, die jetzt beliebt haben, Glückwunsch alle nicht! Shame on you! Kongrat, schön, wenn wenigstens andere die Waffen da rauskriegen, die sie auch brauchen können. Yes! Yes! Ich freue mich gerade voll. Hat ja lang genug gedacht. Excuse me! Ja, das stimmt schon. Danke, die Küchen! Bitteschön, Kupi! Warum habe ich denn schon wieder Kuren auf dem Sound alert? Hat man immer, ist immer, ist immer so 5 Minuten oder 10 Minuten, maybe. Manchmal auch ein bisschen länger. Damit die nicht so gespamt werden, weißt du? Ich habe 76k, nice! Erstmal 10k weg. Gezettkitten, danke! Ich bin so glücklich, es freut mich, Kupi! Ey, weißt du! Drei unglaublich geile Waffen einfach. Richtig nice, richtig nice. Au! Und nochmal gestoßen. Okay, okay. Fine, I'm fine, I'm fine. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich bin mal einfach mal so frech. Ich bin mal... Oh, guck mal, wie gut das aussieht! Also, hier, ich bin mal einfach... Ich bin mal einfach so frech. Ich bin mal einfach... Ich bin mal einfach...